Im heutigen Nachmittagstraining standen einige Rückkehrer wieder auf dem Platz. Noah Joel Sarenren-Bazee trainierte nach exakt drei Monaten das erste Mal nach seiner Knieverletzung wieder mit der Mannschaft. Im Juli auf Norderney stand er zuletzt mit seinen Kollegen gemeinsam auf dem Platz. Herzlich willkommen zurück Noah. Auch Oliver Sorg und Basti Meier kehrten nach einem auskurierten, krippalen Infekt wieder zurück ins Mannschaftstraining. Beide sind nun wieder fit für das Auswärtsspiel gegen Union Berlin. Unser Nachwuchsspieler Elias Huth trägt ab heute die Rückennummer 32 im Profikader. In der vergangenen Woche unterzeichnete der 19-Jährige seinen ersten Profi-Vertrag bei Hannover 96, auch heute mit Vollgas im Training dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017